Marie Lupez lebt jetzt in Amsterdam. Die Telefonnummer. Ich kann kein Spanisch. Ich auch nur ein bisschen. Ich hatte mal einen Bekannten in Barcelona. Barcelona, nicht schlecht. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Was denn? Na ja. Labber hat sie, aber nichts Festes. Sie werden schon Ihre Gründe haben, Frau Sache. Ja, die hab ich. Ich bin nämlich Polizistin. Und das ist Gift für jede dauerhafte Beziehung. Haben Sie denn grad ne Beziehung? Momentan nicht, nein. Mhm. Wann gehen wir eigentlich an die Presse? Das hab ich gerade telefonisch geregelt. Morgen ist das Foto von der Angela Lopez in der Zeitung. Gut. Frau Sache? Ja? Könnten Sie die Schwester anrufen? So von Frau zu Frau ist das vielleicht einfacher. Danke. Aber dann mach ich Feierabend. Ich hab mir gedacht, das ist für Sie ein Fremdwort. Feierabend. Ich hab eben geübt. Sehr gut. Danke. 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 Danke.